ja hallo zusammen da bin ich wieder meinem let's play zu im june 2000 und genau wir waren ja beim letzten mal hier und haben hier einige angriffe wieder abgewehrt haben mich hier unten die ecke platt gebracht und hier geht es wieder ab ich sehe das doch schon egal leute wir werden wieder angegriffen ja wie gesagt letzte mission der orders part 6 ist es glaube ich mittlerweile ja und schritt für schritt machen wir die gegner hier fertig so der saboteur die saboteure stehen da man die schickt die sammler aber auch immer vor die gegner das ist so blöd so dann hol die mir beide ab dann noch mal so einheit bei weit mann 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 so ich höre hier wieder ein saduka schießen wo genau rechts wer schießt hier naja keine ahnung leute auf jeden fall müssen wir jetzt erstmal hier den angriff wieder abwehren unser stützpunkt wird angegriffen so tor bereit freunde ja natürlich ist klar hier drauf so natürlich der schießt weiter auf die werkstatt ist klar leute die schießen immer auf die manniken das ist so blöd wirklich das ist keine ahnung du kannst ja hier hin so genau leute einfach weiter einheiten bauen ich brauche jetzt hier einheiten ganz dringend leute auch mal ort schön mit dem deviator reinfahren ja das wäre es jetzt aber ich habe halt keinen das ist ja ich muss auch ich muss mich hier auf die waffen gefalt fokussieren würde ich sagen mache ich den hier gleich mal fertig ja so leute kein geld warum haben wir kein geld hier fahren ja nicht wieder da unten irgendwo diese kack saduka so leute ja wie gesagt 6 6 6 6 6 folge mission 9 der auto autos ich krieg die nicht fertig die mission das ist so krass leute wo fährst du hin so dann würde ich mal sagen geht es hier direkt los in der mission diesen part mit dem angriff der schon wieder ich könnte doch im strahl kotzen manchmal genau wenn ich angreife kommt der aber dafür haben wir ja jetzt hier die quatschner so die quatschier her es reicht leute es reicht da sind die saboteure sehr gut so dann weiter geht es den schallpanzer weg machen da hat er noch mal geschossen eh unfassbar krass noch ein schallpanzer leute so verdammt noch mal so dann macht das mal kaputt da so hier auch kaputt machen hier auch kaputt machen und jetzt machen wir die sammler hier kaputt los los leute so verdammt noch mal und hier rein los jetzt müssen wir hier rein und zack oder weißt du mach mal hier die kaputt los mach mal den scheißpanzer da im arsch so jetzt geht's los freunde jetzt geht's los hier mit dem mit der schlacht mit der vorletzten schlacht denke ich mal weil das muss doch ausreichen jetzt hier kampfpanzer so saboteur bereit saboteure hier so ja gut dann die raketentürme weg damit los leute das muss doch jetzt reichen das muss doch jetzt wirklich mal reichen so saboteure kommt mal hier so leute dann hier waffinerie weg machen zack kaserne weg machen kaserne weg machen los so leute zack sehr gut machen die scheiße hier kaputt los so dann dann nehme ich jetzt noch eine saboteure einheit verloren und mach mal hier die reste kaputt so leute dieser scheiß raumhafen der muss unbedingt weg so watsch jetzt die waffenfabrik weg machen so genau wie die energie hier gut du gehst hier rein du gehst hier rein du gehst hier rein so leute dann die funktionieren natürlich weiter ne ist klar leute gut der geht hier rein der geht Moment so mach jetzt hier die reste platt mit den saboteuren ey mach den bauhof weg so alles klar batsch so batsch so gut einheit verloren so team 1 der hat ne mannikenfabrik wieder aufgebaut das gibts doch nicht leute so hier die silos weg machen unser stützpunkt wird angegriffen so einheit verloren egal egal leute der erste stützpunkt von dem scheiß söldner ist weg von dem scheiß imperator ist weg macht die manniken unbedingt weg leute unbedingt die manniken weg machen unbedingt diese scheiß kaserne ey so verdammt nochmal genau dann trifft der raketturm und auch zwei panzer auf einmal so meine güte ey so hier den haben wir jetzt endgültig besiegt so der erste imperator ist weg leute würde ich sagen stellen wir mal fünf trikes gut es geht voran leute es geht voran oh nein und auch Belagerungswaffen die bringen doch nichts gegen Raketentürme ernsthaft das reicht jetzt nicht auch ernsthaft 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 das ist doch nicht wahr das ist doch nicht wahr dieser scheiß Raketenturm da so egal leute wir haben uns noch einem Angriffshauptpunkt entledigt das ist doch schon mal gut so so dann würde ich mal sagen mache ich mal die Spielgeschwindigkeit hoch so kann ich nämlich jetzt endlich mal in Ruhe meine Armeen aufbauen so jetzt nervt nur noch der Atreides Typ und zwar richtig mit seinen scheiß Raketenpanzern ah ok nee egal so ok alles klar dann würde ich mal sagen baue ich mal fleißig weiter hier meine Einheiten da sind meine fünf trikes zwei 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 zack genau ah der will wieder auf den Sammler hier ne genau Leute dann würde ich sagen fahrt mal hier unten hin fahrt mal hier unten rein ok mhm fahr ich jetzt nämlich unten rein na das ist nicht schlimm dann fahr ich jetzt hier rein mal gucken was er hier hat da sind wieder ein paar Fräben aber das ist egal Leute so dann schauen wir mal bitte was der Atreides Typ hier hat der hat viel ach du Scheiße ich komm hier gar nicht rein aber egal ich weiß zumindest jetzt wo der Atreides Typ ist hier ist glaube ich sogar noch was von dem Dings ne von dem Imperator so egal Leute egal wir bauen weiter unsere unbehelligt unsere Armee auf so zwei 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 sehr gut Leute das läuft doch super so weiter geht's boah Schallpanzer Leute so sehr schön wow warum ist der hier angeschlagen krass so Leute sehr gut dann hier zack zack sehr schön Leute hier machen wir ein dickes Rohr so genau Leute äh ja so läuft das doch so dann bauen wir hier die Räder nehme ich mir die jetzt mal der kommt da gerade angeschissen ne das ist blöd aber das ist nicht schlimm so Leute dann würde ich sagen gehe ich nochmal kurz hier beim Imperator vorbeischauen wenn ich den hier durchkomme hä wo wollen die den jetzt hin über die Brücke oder was haha tatsächlich über die Brücke ok aber der hat hier nichts mehr das ist gut der Imperator hat nichts mehr Leute dann mach die Energie kaputt los mach die Energie kaputt von dem ok zack sehr gut so weiter geht's genau mach deine eigene Energie kaputt Junge so haha genau sehr schön vielen Dank alles klar Leute dann zack zack saboteur bereit eins eins drei vier oha geil haha sehr schön so Leute wenn wir alles richtig machen jetzt da kommt man ja gar nicht rein sondern müssen glaube ich saboteure die Arbeit machen genau noch drei Minuten so geht mir doch nicht so auf den Sack man langsam aber sicher langsam aber sicher Freunde ja natürlich klar klar egal dann und hol den ab los oh man du Wichs nix 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 ne ne dumme Raketenpanzer außerhalb der Range das ist so bescheuert so okay weg damit Raumhafen so zack sehr schön Leute unsere Armee wächst wieder unsere Armee wächst wieder kein Geld mehr krass gut dann war's das jetzt okay denn Restkohle brauche ich für reparieren so sehr schön zack zack wenn wir Glück haben Freunde wie gesagt schaffen wir die Mission jetzt noch in diesem Pacht oh ja tschüss oh doch nicht okay ja oh ich hab hier unten keine dicken Rohre mehr warum das denn nicht warum hab ich hier keine Belagerungswaffen mehr um Gottes Willen fahrt mal da runter man ja natürlich klar pss ey kannst du mal aufhören außerhalb der Range zu schießen einheit verlobt ey dann nochmal simultan kill ja sehr gut meine Güte Leute das ist nicht wahr so gut haben wir es jetzt ja sehr gut okay Leute dann wisst ihr was die lasse ich erstmal hier so würde ich sagen haben wir jetzt nochmal einen Angriffstrupp oh Leute ihr nervt mich man so spiel speichern zu wenig Energie gut Leute dann macht euch mal hier runter so und was macht der da ja gut das geht schon so alles klar dann dann macht den Schallpanzer weg hier und zack genau sehr gut alles klar Leute dann können wir auf so hier Hakon Sammler weg damit sehr gut Leute und der will uns wieder abfangen hier ja ja merkt ihr das das merken wir schon ich merke das schon ja ja scheiß Raketenturm jetzt definitiv weg weg damit so der Atreides der hat mich jetzt genug genervt hier weg mit dem scheiß Sammler so warte mal der schickt den Sammler auch wieder hier hin weg damit so so dann würde ich mal sagen Freunde spiel schon speichern und die Spielgeschwindigkeit nach unten meine Güte das war schon echt heftig jetzt diese Mission hier nach dem Raketenpanzer Platz saboteur bereit so dann sammelt euch mal hier alles klar ihr müsst da irgendwie durch durch hier hier gibt es auch keinen anderen Eingang hier gibt es nur diesen Mini Eingang okay dann muss ich jetzt einfach ein bisschen warten der baut aber auch eine Scheiße da ne so dann los hier zack rein da los macht es kaputt sehr schön Leute wenigste Raketenturm platt machen und jetzt geht es dem hier an den Kragen oh Schallpanzer Leute so dann auf den Schallpanzer ganz wichtig Leute der Schallpanzer muss sterben was macht ihr da nicht da hinten hin man seid ihr blöd wirklich so dann diese blöde Spielmechanik hier ey noch ein Schallpanzer macht ihr es mal geht mal rein so los macht die Waffenfabrik im Arsch noch ein Schallpanzer wo kommen die ganzen Schallpanzer her meine Güte Leute das kann doch wohl nicht wahr sein so da ist der Bauhof die Männiken weg machen einfach auf den Bauhof fahren jetzt los auf den Bauhof da man ey auf den Bauhof ja den schaffen wir komm den Bauhof schaffen wir sehr gut Leute so bau einfach weiter hier so los und der Bauhof ist weg sehr gut Leute sehr gut sehr gut der Bauhof ist weg boah geil geil Leute der kann nichts mehr machen fast hier die Hightech Fabrik für die scheiß Luftangriffe so weg damit so komm mach die platt mach die kaputt so sehr schön weiter geht's X-Forschungszentrum oh die Raketentürme die sind das halt ne so X-Forschungszentrum wegen den scheiß Schallpanzern gut Leute wir haben es verbaut der hat jetzt zwar immer noch einen Raumhafen aber das ist weg der kann keine Schallpanzer mehr bauen noch zwei Minuten ja der kann sich noch ein Dings äh bestellen ne ein MBF wehe da kommt jetzt eins das wär's ja wehe da kommt jetzt ein MBF ne da kommen fünf Schweigs an der kriegt auch einfach mal so sieben Einheiten das ist ja das ist halt KI ne ist halt so gut Leute wisst ihr was hier Raumhafen zack so dann nehm ich mir jetzt mal hier die Söld ne schick die mal hier hin alles klar Leute oh da kann direkt noch einer mitkommen so so gut alles klar mach ich das mal mach ich mal hier ne Saboteurattacke so nein kein Bauhof hier so Pause ja so Leute der kann nicht mehr viel machen ja das ist sehr gut Leute pfff das war anstrengend alter Schwel so dann machen wir die Spielgeschwindigkeit hoch und speichern das ganze mal so Leute Saboteur Saboteure kommt mal hier hin bitte nach zwei Minuten Einheit bereit nach eine Minute da war ein Frame krass so da war noch ein Frame ja mein Kommandeur so dann du machst mal das hier kaputt ja Saboteur das Silo kaputt was macht der denn woher der denn hin so gut ah nein die ich muss mich grad mal hier ein bisschen konzentrieren so ihr dürft euch nicht entdecken lassen Leute was zur Hölle oh was für ein Penner was für ein Penner ist der voll über meine Dings drüber gefahren eiskalt was für ein Penner so weiter geht's so Leute einfach weiter bauen jetzt hier los kommt schon verdammt nochmal der hat hier noch so viel ne weiter bauen boah weiter bauen Leute einfach weiter bauen so alles klar Leute gut jawohl okay so ich will jetzt hier diese letzte Mission endlich schaffen Leute alles klar aber das sieht gut aus ey das sieht gut aus zwei dicke Ohr brauchen wir da unten nicht mehr so weiter 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 das reicht noch nicht so Mission 9 okay ach da ist noch ein was macht der denn da ja super toll naja gut so weiter bestellen Leute einfach weiter bestellen so zwei Raketenpanzer sehr gut ich glaube dann gehe ich gleich wieder los wenn das wieder kommt wenn die Stellung ankommt so das ist noch unser Boteur so da ist jetzt hier nur noch die Energie übrig ne was war das schon wieder so Leute wir haben es geschafft wir haben es gleich echt geschafft das ist so geil Leute dann bauen wir hier noch Alter Schwede diese Raketenpanzer äh Einheit bereit Alter Mann Einheit bereit so wird geraumt Unser Stützpunkt wird angegriffen so die haben wir meine Güte der kommt immer noch an Unser Stützpunkt wird angegriffen schau mich wo der die Einheiten herkriegt Einheit bereit naja egal Leute wisst ihr was wir bauen noch mal ein dickes Rohr und wenn das dann gleich da rauskommt ihr merkt schon ich bin ganz schön ganz schön platt nach der Mission jetzt ich tue das doch alles am Stück auf die letzten drei Parts die waren alle am Stück und ja so eins team eins geht mal hier hin so dann bewegt euch mal alles klar nochmal kurz zwischenspeichern falls es wieder abstürzt was heute bis jetzt nicht der Fall war finde ich sehr gut könnte vielleicht wirklich dran liegen dass es Freitag ist ne und ähm keine Windows Updates mehr kommen naja okay dann würde ich mal sagen ja klar natürlich ey wie viele Fremen ey man der ist aber auch nervig der ist ah Moment mal wisst ihr was macht erstmal die Sammler hier kaputt so die Schlacht die kommt bald so dann würde ich mal sagen Speicher oh hier Speichern aha also wenn ich den Akkonsammler angreife kommt auch der Atreides Typ raus okay gut der versucht anzugreifen ne ja der versucht anzugreifen was denn okay Panzer oh Kampfpanzer so 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 dann haben wir das gleich sehr sehr gut Leute sehr sehr schön und zack zack sehr gut so der schickt alles was er hat Leute der schickt alles was er hat kann der mal kaputt gehen da dankeschön so der auch hier dampt nochmal so Kampfpanzer gut so wo kommt diese Scheiße her ich muss unbedingt jetzt hier rein diese Scheißeinheiten von dem wo kommen die alle her auf den Turm los auf den Turm da auf den Turm mach den Scheiß Raketenturm platt so los jetzt los jetzt Batsch sehr gut so ja das ist mir jetzt erstmal egal Junge erstmal hier den Raumhafen Raumhafen kaputt machen los dumme Raketentürme Mann so die machen so viel Schaden ne wisst ihr was mach den doch kaputt ich hab irgendwie das Gefühl die halten mehr aus die Gebäude von dem so dann geht mal aus der Range einfach so Energie der hat so viel Energie Leute so dann würde ich sagen Jo Leute 4 Minuten ist die Folge vorbei aber ich glaube die Mission die haben wir so weitermachen los weiter Energie kaputt machen Saboteur bereit sehr gut die Mission machen wir jetzt noch so dann würde ich sagen bei euch schon mal Quats Quatsch gleich für die Sammler platt machen so Leute was hat der hier jetzt noch der hat doch hier nichts mehr ne wir haben's Freunde wir haben's yes wir haben's sehr geil endlich Leute das war so eine harte Mission so Mann 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 ey das war eine Tunnel Mission wirklich Boah so Arrakis gehört uns Freunde Arrakis gehört den Ordos Boah die Raketentürme können auch nichts mehr machen sehr gut dann können wir jetzt die Spielgeschwindigkeit hoch machen und das Ding speichern sehr schön Leute sehr sehr gut so so dann hier noch die Energie und die Sammler Bats 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 oh der Fremenpalast also der Harkon Ach Harkon Atreidespalast so der muss noch flöten gehen los schneller Fahr da rein für die Fremen genau und die die sind kaputt sehr gut so Leute alles im Schnelldurchgang jetzt einfach ein paar ich brauch nämlich die Quats jetzt na egal so gut dann machen wir jetzt noch hier die Reste kaputt weil wir brauchen nämlich gleich noch einen Sammlersuch-Trupp so weiter Quatsch bauen so Leute dann haben wir das sehr schön dann könnt ihr mal nochmal hier oben hin Puh so gut die Saboteure können mal mit hier hinkommen und die ganzen Gebäude da platt machen so ähm der Sammler diesen scheiß Sadoka da mal platt fahren jetzt fahr den kaputt los so ja ja klar ja natürlich wo bleiben sie da sind sie so da eins ich kann nicht egal komm so dann nee das müssen eigentlich die Söldner machen ne ja ja die äh Dings hier die Saboteure komm die Saboteure gehen jetzt mal da rein nach und nach so Moment stell die alle mal erstmal vor die Gebäude oh da ist noch ein Turm was ist denn damit oh Gott ach man das hab ich gar nicht gesehen so so meine Güte ey so dann fahrt ihr erstmal hier rein bitte macht den Sammler kaputt ach nein warum kann ich jetzt keine Quatze mehr bestellen so Leute Saboteur bereit brauche ich jetzt nicht mehr und zack Energie weg die Energie ist auch weg so die auch sehr gut Leute dann steht jetzt kein einziges Gebäude mehr ah hier unten noch der Turm okay dann ja wie viel Quatze habe ich oh sehr schön Leute was ist das denn hier Kampfpanzer na gut Leute Leute was ist das denn hier da steht doch noch ein Kampfpanzer krass krass so den schafft ihr ne ja sehr gut okay dann die Raketentürme da noch Alter ey Manniken macht den Belagerungseinhalt kaputt das gibt's auch nur hier ne so Leute gut die Uhr klingelt jetzt gleich aber ich werde die Mission jetzt noch zu Ende machen ja natürlich toll genau jetzt hat die Uhr geklingelt aber wie gesagt ich mache die Mission noch zu Ende so Leute so Leute gut die Mission passt jetzt also die Musik passt jetzt Leute gut dann wo sind hier noch Sammler jetzt so schießen wir da unten drauf das neue Team 1 ist jetzt mein Sammlererkundungstrupp Einheit verloren wir sind jetzt bereit natürlich ey Einheit verloren so hier unten ist auf jeden Fall ein Sammler gut Leute dann haben wir die Mission geschafft das ist auch schon mal sehr gut die letzte Mission der Orders ist geschafft Leute saugut so mach die Scheiße kaputt los zack 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 so weg damit und hier unten noch ein paar Silos so und weg damit und weg damit sehr gut Leute so was haben wir denn jetzt hier noch eigentlich nix mehr ne so dann zack und den Raketenturm weg yes Imperator wurde ausgelöscht Leute das ist gut so ich brauche jetzt noch die letzten Sammler wo sind die denn wo sind die letzten Sammler Leute ich brauche noch die letzten die letzten Überreste hier wo sind die Sammler 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 Aufklärungstrupp hier so ein Moment ich muss gerade mal kurz gucken gleich hier hinten weil auf der Karte sehe ich jetzt nichts mehr was irgendwie ah schaut mal hier ist ein Raketenturm noch so vielleicht war es das ja auch schon ne das war es noch nicht Rakon wurden ausgelöscht ok hier ist noch irgendwo ein Atreides Sammler so dann schauen wir mal weiter so Leute sehr sehr gut dann haben wir das ja jetzt hier ne wo ist der Sammler Leute wo ist der Kacksammler von dem da da wisst ihr was Leute Spielgeschwindigkeit ein bisschen runter machen und das Spiel speichern alles klar so dann haben wir das ja ähm ja yes Leute yes 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 wir haben es geschafft der Gomjabar für die Schwesternschaft Arrakis das Imperium das Spice und für mich ja einer für mich du Hexe bad 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 BÄÄM, Alter! So, eine sechsteilige Mission. Du meine Güte. Jo, die haben aber ganz schön platt gemacht. Und, ja, Kriegsherr, sehr gut. Schnell diesen lauten Screen wegmachen und, ja, Freunde, wir haben die... Oh, das Kampagnen endlich geschafft. Endlich, endlich, endlich. Nach sechs Parts. Und wieder mal war der Imperator die Quelle allen Übels. Ja, Freunde, ich bin jetzt ziemlich fertig. Ich habe jetzt wieder drei Folgen auf Stück aufgenommen, aber wir haben es am Ende wieder geschafft. Und die war richtig knackig, die letzte Mission. Und, ja, würde ich sagen, mache ich das nächste Mal mit den Hakkonen weiter, mit dem dritten Haus. Und... meine Güte, ja. Die letzte Mission, Freunde, war echt heftig. Gut, alles klar. Dann haben wir das geschafft. Und dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat, hier, die letzte Mission, wie ich hier meine Mühe hatte damit. Und, ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal bei den Hakkonen wieder. Und, was gibt es jetzt hier noch? Ich glaube, nichts mehr, ne? Margit Stahl, nee, nee. Okay, Freunde, dann würde ich mal sagen, ja. Spätes Bildmaterial mit freundlicher Unterstützung von Universal Studios. Okay, krass. Und, jawohl. Mein Mund ist auch jetzt gerade trocken. Ich muss gerade mal ganz kurz was trinken. Eine Sekunde. Großartige Intro und Sieg-Filme. Ja, das stimmt. Die Filme hier sind echt super. So. Shai-Haloud. Yes, Leute. Wir haben es geschafft. Ahrakis ist unter Orders Händen. So, Leute. Dann würde ich sagen, ja. Wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Dann sehen wir uns bei der nächsten Mission. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Bis zum nächsten Mal.